In unserer heutigen Ausgabe des Global Goals Podcasts freue ich mich sehr, Martha Schulz begrüßen zu dürfen. Eine unglaublich tolle Unternehmerin, Interessensvertreterin und Funktionärin mit vielen, vielen Aufgaben. Herzlich willkommen. Danke, Martha. Danke, dass du hier seid. Danke, dass wir die Einladung haben. Ich bin gern gekommen im neuen Jahr. Ja, großartig. Martha, mit viel Energie ins neue Jahr. Du hast wahnsinnig viele Funktionen. Euro Chambers, du bist Vizepräsident in der Wirtschaftskammer des Wirtschaftsbundes, Frau in der Wirtschaft. Aber allen voran hast du auch in Unternehmen zu leiten, dass du mit deinem Bruder eigentlich in dem Ausmaß ausgebaut hast. Wenn du jetzt diese ganzen Funktionen anschaust, was ist das, was motiviert dich? Was sind so deine Tricks, wie du quasi die Tage gut stemmst oder auch jetzt ins neue Jahr gehst? Ja, begonnen hat das Ganze eigentlich auch bei der jungen Wirtschaft. Also mein Bruder und ich, wir waren frisch ins Unternehmen eingetreten und waren voller Kraft, Ideen, Innovationen. Und das hat halt einfach, wie soll ich sagen, ja, ein paar Themen gegeben, die was uns, wo man gesagt hat, die muss man verändern und einbringen. Und dann hat schon mein Großvater, der viel mit der Wirtschaftskammer zusammengearbeitet hat, der hat damals schon den Käseexport nach Amerika. Und da hat immer gesagt, also bitte, wenn man was verändern will, dann muss man sich einbringen und am besten, man macht das über die Kammer, über die Wirtschaftskammer. Da sitzen Experten, die unterstützen einen und die kennen sich auch aus. Und daraufhin sind wir dann eigentlich zur jungen Wirtschaft. Und da hat das begonnen. Und ich habe das immer so ein bisschen im Ohr, dass man, wie mein Großvater gesagt hat, ja bitte, wenn du was verändert haben willst, dann musst du auch was dazu beitragen. Also nur jammern, zwar nie die Devise, dann muss man auch dafür was tun. Und so bin ich dann zur jungen Wirtschaft, Frau in der Wirtschaft und eben zu den Funktionen gekommen. Und was natürlich, weil ich Alleinerzieherin war, das große Anliegen war für mich einfach die Verbesserung der Vereinbarkeit Beruf und Familie, einfach für alle erwartetigen Frauen. Ja, da hat sich ja Gott sei Dank jetzt viel getan, da haben wir ja sehr gekämpft. Wie siehst du das jetzt im Nachhinein quasi diese vielen Jahre, die da eigentlich jetzt einmal gekämpft werden mussten? Wir haben ja viel gemeinsam gemacht und du warst eine große Unterstützerin oder wir haben uns gemeinsam gegenseitig auch wieder aufgebaut, auch wenn wir da manchmal wieder einen Schritt zurückgeben mussten. Wir haben uns gegenseitig dann immer wieder voll motiviert weiterzumachen. Also die Devise gilt für mich jetzt nicht aufgeben. Man kann zwar manchmal dann wieder vielleicht ein bisschen zurück, aber nicht aufgeben. Also das Thema nicht weg, sondern weiter dafür kämpfen und sich ein. Und wir haben jetzt ja diesen Erfolg wirklich verbuchen können. Der Bundeskanzler hat das bei seinem Sommergespräch gesagt. Und jetzt geht es für mich darum, dass es wirklich sozusagen in jedem Dorf, dass es in allen Teilen Österreichs einfach wirklich für Familien möglich ist, das Thema Vereinbarkeit Beruf und Familie. Und hauptsächlich trifft es halt uns voran. So ist es. Wir haben aber auch nicht nur Unterstützung von den Frauen gehabt. Da gibt es ja ganz viele Rollenbilder-Themen in der heutigen Zeit. Wie hast du von dir, du warst eine der frühen Alleinerzieherinnen, will ich sagen. Jetzt ist das ja viel häufiger. Wie hast du das damals erlebt? Es waren, ich meine, ich habe voll den Rückhalt in meiner Familie gehabt. Also das muss ich sagen, egal ob Großeltern, meine Eltern. Also das war aber, ich war natürlich auch, wollte selbstständig, eigenständig. Und da ging dann schon das Thema Kinderbetreuung. Und das war nicht einfach. Ich habe dadurch schon eine sehr starke Elefantenhaut gekriegt. Also ich bin schon sehr dick geworden. Ja, und in unserem Unternehmen gab es immer starke Frauen. Und eben, da kann man wieder zu dem nicht nur jammern, sondern man muss sich auch sozusagen einbringen, um etwas weiterzubringen. Wie können denn die Unternehmen jetzt, also konkret, du hast ja viele Unternehmen, also von Bergbahnen, Gletscherbahnen, Hotels, von der Jugendherberge bis zum Fünf-Stern-Ressort, alles dabei, Baufirma. Wie kann denn ein Unternehmen die Mitarbeiter unterstützen, hier, dass diese Vereinbarkeit auch möglich wird? Ja, es gibt jetzt viele Förderungen. Also man hat auch im gesetzlichen Rahmen, auch in Sachen Sachbezug einiges verändert. Also es gibt jetzt schon, ich muss sagen, jede Landeskammer, der Wirtschaftskammer hat jetzt eine Anlaufstelle, wo man sich informieren kann als Unternehmer, was man alles für Unterstützungen kriegt. Es gibt Unterstützungen auch in den Kooperationen, vielleicht, dass man sich mit anderen Unternehmen zusammentut. Es gibt Förderungen eben von jedem, auch von den Ländern und vom Bund. Wir haben ja auch die 15a-Vereinbarung verändert. Also da gibt es jetzt schon viele Möglichkeiten, um sich aber dort auszukennen und was zu tun. Am besten in der Wirtschaftskammer, in der Landesstelle jeweils melden. Die haben dann dort Expertinnen und Experten, die sich auskennen. Das heißt, und du für deine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schaust einfach individuell, was braucht ihr, um zu helfen? Wir haben selber, also in dem Fall bin ich meistens die Anlaufstelle. Und wir haben Kinderbetreuungsmöglichkeiten in fast allen Betrieben. Am Bau ist ein bisschen schwierig, aber wir sind unterstützend, weil wir natürlich auch sehr eng mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern zusammenarbeiten. Und sind da wirklich, versuchen es auch in den Dienstplänen. Da geht es ja dann nicht nur um Kinderbetreuung, da geht es dann auch, wenn man einen zweiten Dienstnehmer hat. Der eine arbeitet da, der andere da, dass sie gemeinsam eine freie Zeit haben, weil im Tourismus haben wir ja die sieben Tage Arbeitswoche. Also man versucht dann schon individuell ein bisschen zu unterstützen und natürlich auch die Informationen weiterzugeben, was es in jedem einzelnen Ort auch für Möglichkeiten gibt. Aktuell ist ja diese große Diskussion 32-Stunden-Woche. Die Menschen wollen mehr Balance, also mehr Leben, sage ich jetzt einmal, und sehen dann die Arbeit nicht mehr so integriert ins Leben. Hat sich sicher vieles in den letzten Jahren durch Corona, durch ganz viele verschiedene Dinge verändert. Wie siehst du das? Ist das überhaupt realistisch umsetzbar? Also ich schließe mich da an unseren Wirtschaftskammerpräsidenten Harald Mauer und wir werden müssen mehr arbeiten und nicht weniger. Ich sehe es jetzt nicht so, dass ich sage, ja, also ich würde nicht gönnen, dass wir nur 32 Stunden arbeiten, aber wir sind am internationalen Markt. Wir sind im internationalen Wettbewerb. Wir sollen weiterhin wettbewerbs- und konkurrenzfähig bleiben. Das wird sich einfach nicht spielen. Also das wird sich nicht spielen. Ich schließe mich da auch den ganzen Themen, die der Harald Mauer auch schon kommuniziert hat, an. Er ist ja da auch im Austausch mit sehr vielen Unternehmen. Und wir haben ja die einzelnen Bereiche auch in der Wirtschaftskammer, im Wirtschaftsbund mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Also ich wüsste nicht, wie das funktionieren soll, dass wir in Österreich weiter so gut leben können, wenn wir nur 32 Stunden arbeiten werden. Du bist jetzt eigentlich mitten in deiner Hauptsaison. Also zumindest jetzt die Wintersaison ist da im Tourismus. Wie schaffst du es, dass du genug Mitarbeiter hast, damit ihr überhaupt dieses Level, das ihr da bietet, überhaupt halten könnt? Es ist nicht einfach. Also das muss man ganz offen sagen. Wir versuchen unsere Betriebe ganzjährig zu öffnen, sodass wir ganzjährig das Angebot ganzjährig unseren Mitarbeitern. Wir versuchen eben so viel wie möglich, wenn man sagt, Rücksicht zu nehmen auf verschiedene Zeitmodelle, aber auch eben Familien, dass die gemeinsame freie Tage haben, dass sie gemeinsame freie Zeiten haben. Wir bieten Fortbildung, Weiterbildung. Wir bieten natürlich auch so, wie es bei uns am Land schon manchmal notwendig ist, wenn die Mitarbeiter nicht aus dem eigenen Dorf kommen, Unterkünfte an, Sportmöglichkeiten, Gesundheitsprogramme. Ja, und auch das Thema Familienunternehmen. Ich sage immer, es hat natürlich auch Vorteile, wenn man in der Familie gemeinsam miteinander arbeitet. Und so sehen wir auch unsere Mitarbeiter, dass sie ein Teil unserer Familie sind. Und wir haben Gott sei Dank sehr, sehr viele langjährige Mitarbeiter. Und da bin ich wirklich froh darüber. Also kümmert und fürsorglich. Das Thema Frauen. Du siehst ja auch im politischen Umfeld, wo du jetzt bist oder so, da sind wir doch schon recht in der Unterzahl. Auch dann in den wesentlichen Gremien dann auch oft. Da bist du sicher ein Role Model. Eine von denen, die es wirklich dort bis an die Spitze gebracht hat. Wenn du jetzt schaust, punkto Gleichberechtigung, wie definierst du jetzt, wo sagst, wo stehen wir da jetzt gerade im Moment? Und was braucht es noch, damit man mehr Frauen empowert, auch diesen Weg zu gehen? Ich glaube, es gibt schon sehr, also gesetzlich sind ja sehr viele Möglichkeiten. Ich glaube, was ganz wichtig ist, dass wir die jungen Frauen selbstbewusst ermutigen. Und ich sage immer deswegen, bitte kontaktieren. Ich bin gern unterstützend tätig und ich weiß es von dir auch. Wir sind ja wirklich, wir schauen schon immer und versuchen auch, die verschiedensten Positionen mit Frauen zu besetzen. Ich muss auch sagen, egal ob im Wirtschaftsbund oder in der Wirtschaftskammer, wir schauen da wirklich drauf, dass man, weil es ist einfach wichtig, auch die Wirtschaft ist sehr weiblich geworden. Jedes zweite Unternehmen wird von einer Frau gegründet, jedes dritte wird von einer Frau geführt. Und so wollen wir ja auch, auch mit Präsident Harald Mahrer oder auch mit dir und mit Kurt Ecker, dass es auch so in den Gremien dargestellt ist. Aber ich glaube, wir müssen ein bisschen die jungen Frauen motivieren und auch oft diesen ersten Schritt mitnehmen. Und ja, und dazu gibt es Frauen in der Wirtschaft. Wir haben auch im Wirtschaftsbund ja immer wieder Veranstaltungen. Wir versuchen, viele mitzunehmen, einzuladen, wenn wir in unserem Netzwerktreffen sind. Und man muss natürlich jetzt auch schon ein bisschen bei den Medien schauen, dass man auch das so darstellt. Weil ich sehe halt immer noch oft dargestellt, wenn wir einen Tischler haben, das ein männlicher Tischler ist und eigentlich mir dann das weibliche Pendant dazu fehlt. Ich glaube, da haben wir noch einiges zu tun. Auch unser öffentlich-rechtlicher TV-Sender muss sich da, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr fokussieren darauf, dass wir mehr Frauen in diesen Funktionen haben. Und dass es auch interessant gemacht wird, dass man sieht, dass es spannend ist, sich einzubringen, dass man mitgestalten kann. Ich glaube, das ist eigentlich in der DNA der Frauen. Du hast jetzt vorher von deinem Großvater erzählt oder auch, glaube ich, deinem Papa, der dich da sehr empowert hat. Bei mir muss ich ja ehrlich sagen, der Großteil von meinen Mentoren waren eigentlich auch Männer, die aber schon so weit waren, dass sie sagen, nein, also die haben nichts mehr zu verlieren vom Kuchen, unter Anführungszeichen. Und sagen, holt euch das, weil sie vielleicht auch sehen, dass es für die Gesellschaft sehr, sehr gut ist und weil es ja nur so funktioniert. Weil empowerte Frauen empowern auch wieder ihre Kinder dazu. Und dann ist natürlich auch, ja, ich glaube, viele gehen früher arbeiten, steigen wieder früher ein. Und das ist natürlich für den Wohlstandsinhalt notwendig. Wer waren so für dich deine Mentoren im Leben, wo du sagst, da bist du dankbar, die haben dir den Stupser gegeben, die haben dir auch diese Kraft gegeben, zu dem Menschen zu werden, dass du dir das alles zutraust? Ich muss einerseits sagen, ich bin in eine Familie, eine Familie hineingeboren. Meine Urgroßmutter hat das Unternehmen gekauft. Also ich bin schon in einer sehr starken Frauendominierten oder Gleichberechtigten. Also bei uns waren die Frauen eigentlich immer gleichberechtigter in der Familie drinnen. Ich bin eher oft im Außenbereich angeeckt, weniger im eigenen Bereich. Aber sehr unterstützt hat mich in dem Fall wirklich mein Großvater. Also der war ein Unternehmer par excellence, war sehr eventuell erblickend, war sehr belesen. Und auch meine Mutter, die mich immer unterstützt hat. Und die war schon sehr früh eigenständig unterwegs, auch was die Schulausbildung anbelangt. Ich habe mich mit 14 Jahren selbst in der Hotelfachschule angemeldet, obwohl meine Eltern einen anderen Plan für mich gehabt haben. Also ich war schon sehr, vielleicht weil ich auch so frei erzogen worden bin. Also unsere Mutter war immer keine Helikoptermutter, sondern die hat sehr viel Freilauf und wir müssen sehr viel früh selbst entscheiden. Deswegen bin ich da. Und dann war für mich ein großes Rollmodel die Hilde Zach, die Bürgermeisterin von Innsbruck. Ich sage das immer wieder. Die erste Begegnung vergesse ich nie. Wir sind miteinander durch die Stadt. Also sie ist neben mir durch die Stadt. Wir sind zur gleichen Veranstaltung und sie ist immer irrsinnig schnell gegangen. Du weißt es. Und ich bin halt gleich schnell gegangen. Und auf einmal ist sie stehen geblieben. Sagt sie, wie ist dein Name? Dann sage ich, Martha Schulz, von woher kommst du? Und dann hat sie gesagt, aus dem Zillertal. Dann sagt sie, aus dir wird noch was werden, weil du gehst schnell. Ist das lieb. Und die hat auch das zu mir gesagt. Und wenn du gefragt wärst, dass du eine Position kriegst, dann tust du nicht überlegen, sondern tust gleich Ja sagen. Und das habe ich auch, wie mich Christoph Leitl gefragt hat, dass ich nach Wien kommen soll. Die Wirtschaftskammer, da habe ich an sie gedacht. Ja. Also es kommt immer wieder mal durch. Ich habe sie vor Augen, wie sie das zu mir gesagt hat. Ja, die Hilde ist so. Also ich habe da immer noch so dieses Bild eben, weil die war immer extrem schick und extrem aufgemarschelt und hat trotzdem dieses, so ihre Frau gestanden. Und die hat auch immer diesen, da gab es ja den Spruch von Coco Chanel, glaube ich, das macht mir nichts aus, in einer Männerwelt zu leben, wenn ich darin Frau sein darf. Und die war voll Frau, aber hat in diesen kleinen Figürchen irgendwie wahnsinnige Kraft gehabt. Und sie hat uns irrsinnig unterstützt. Also sie hat uns Jungen damals wirklich unterstützt und motiviert und zuversicht gegeben. Und auch wenn wir in einer Veranstaltung drinnen waren, auch wie meine erste Rede, wie mich niedergesagt hat. Und sie hat uns ja immer mit den Familiennamen angesprochen, hat sie Schulz. Das hat sie gut gemacht. Aber es war ein Auszeichen. Und wie geht es dir jetzt damit? Weil du bist ja auch für eine Generation danach sowas geworden, auch so eine Figur geworden. Ja? Ist das schön? Ja, ist schon schön. Ja? Über jede einzelne junge Frau, die ich unterstützen kann, die ein Mut geben kann, das ist für mich, ja, was Schöneres gibt es eigentlich nicht. Muss ich ganz offen sagen. Und ich habe ein paar, die sind auch so im Visib, die muss man wirklich so ein bisschen sozusagen sagen, jetzt spring in das kalte Wasser und ich warte eh mit den Schwimmflügeln am Brand, wenn es wäre. Und nein, das ist schön. Das gefällt mir gut. Also das ist etwas, was mich irrsinnig motiviert und auch bestärkt und ja, was mir echt Freude macht. Schön. Du hast ja neben deinen Aufgaben in deinem Betrieb und deinen Funktionen jetzt in der Wirtschaftskammer Österreich im Wirtschaftsbund, bist du ja darüber hinaus auch auf europäischer Ebene für uns tätig. Erzähl einmal, was sind da deine Aufgaben? Das ist der Dachverband der Europäischen Wirtschaftskammer. Also es sitzen aus allen Mitgliedsländern die Kammerpräsidenten oder Vertreter und Vertreterinnen dort, aber auch aus den Nachbarstaaten, also wo wir wirtschaftlich verbunden sind. Die haben kein Stimmrecht dort, aber wir diskutieren natürlich auch über den Teller heran, dann aus Wirtschaft. Und das ist für mich unglaublich spannend, wenn man so das eben ein bisschen so über die Grenzen hinaus. Wir sind als österreichische Wirtschaftskammer wirklich dort, haben wir eine starke Stimme. Wir sind die Organisation, die bestens aufgestellt ist. Es würden sich viele Mitgliedsländer freuen, wenn sie eine Wirtschaftskammer in die in diesen Strukturen haben wie wir, wo wir in jedem Bezirk sind, wo man schon die Stimmen und die Problematik mitnehmen kann nach Brüssel. Und wie gesagt, ich bin jetzt schon seit einigen Jahren dort und wir können uns natürlich da auch einbringen, was die ganze Gesetzgebung bringt. Wenn wir drei Länder sind, wo wir dieselbe Problematik sehen, können wir uns einbringen. Du wirst natürlich gerade, wie es in Brüssel ist, als Institution, die länderübergreifend ist, schon sehr stark wahrgenommen. Deswegen ist es eigentlich sehr wichtig, dass wir dort gut vertreten sind. Und da haben wir auch das Frauenerbildbild, dass ich lange der einzige weibliche Mitglied im Board war. Jetzt sind wir schon zu dritt. Und dieses Europathema, wenn wir jetzt die Europawahl steht in diesem Jahr vor der Tür, wie geht es dir damit, diese teilweise EU-Bashing, Verdrossenheit und eigentlich die Wichtigkeit, wo wir alle wissen, dass wir als Europa nur noch gemeinschaftlich agieren können, weil wir ja sonst gar keine Chance haben. Wir wissen, dass wir sechs von zehn Euro in Österreich durch den Export verdienen, das heißt im europäischen Binnenmarkt auch. Und das ist ganz wichtig. Also für mich, und ich bin schon wirklich in meinem Umfeld, jeder weiß, was ich sage, bitte, bitte wählen gehen. Wir brauchen ein starkes Europa. Und jeder kann dazu beitragen, dass Europa stark ist und auch zukünftig sein wird, auch konkurrenzfähig. Und es ist für mich ganz wichtig, Demokratie zu leben. Und Demokratie ist für mich ein Geschenk, wenn man seinen Beitrag dazu leisten darf, wenn man wählen darf. Es gibt viele Länder auf dieser Welt, wo es das noch nicht gibt. Und wenn ich das wahrnehmen darf, dann ist das mein Beitrag zur Demokratie, um das gemeinsam auch im Frieden weiterhin zu leben. Und das ist ganz immens wichtig. Also ich glaube, jetzt schon überall, jeder, der mich kennt, ist der zweite oder dritte Satz, wo ich sage, bitte, wir müssen alle und auch im Umfeld schauen, dass jeder zur Europawahl wählen geht, weil das ganz, ganz wichtig ist für unseren Wohlstand, den wir haben, für unseren Frieden, den wir in Europa haben. Und jeder kann seine Stimme abgeben. Und das ist ganz wichtig. In Österreich geht es uns ja, wie wir jetzt gehört haben über Eurostat, besser als wir glauben. Also die Forschung hat herausgefunden, wir sind das glücklichste Land Europas. Die Österreicher sind eigentlich sehr zufrieden und glücklich. Was man, wenn man natürlich die Medien konsumiert, so gar nicht wahrnimmt. Da hat man das Gefühl, es liegt alles im Argen. Jetzt hast du sehr viele Gäste, internationale Gäste, also Gäste aus Europa natürlich vorwiegend. Wie wird denn da Österreich gesehen? Was hast du das Gefühl? Was ist da für ein Bild von uns? Das Bild ist schon, dass wir ein sehr fleißiges Erfolg sind, dass wir sehr innovativ und ideenreich sind, dass wir auch charmant sind. Also mir wird oft gesagt, naja, ihr seid so zwischen Deutschland und Italien sozusagen. Ein bisschen Lebensfreude. Ein bisschen Lebensfreude. Dass wir geprägt sind von Familienunternehmen über mehrere Generationen. Ja, eigentlich muss ich sagen, ist es schön, als Österreicherin in Europa so wahrgenommen zu werden. Und da glaube ich, müssen wir weiter daran arbeiten, dass das weiterhin so ist. Ich habe dein Unternehmen gesehen. Du hast ja ganz viel transformative Kraft. Wenn wir jetzt sagen, der Winter wird vielleicht nicht mehr so kalt. Wir haben ein Thema vielleicht mit den Skipisten. Ihr habt ja auch schon im Sommer ganz tolle Angebote. Was ist so für dich irgendwo deine Philosophie? Da ist wahrscheinlich natürlich eine Sorge da. Wie geht es mit dem Wintertourismus weiter? Wie geht es dir davor tun, dein Bruder? Dass wir sicherlich alle mit dem Klimawandel zu tun haben. Ich glaube, das muss jeder für seinen Bereich wahrnehmen und auch innovativ denken. Ich war gestern bei uns am Berge. Es war traumhaft schön. Wir haben ein wunderschönes Wetter gehabt. Ich bin das erste Mal gestern Ski gefahren. Ja, also es wird schon noch Winter gehen. Aber man muss auch eines sagen, es gibt an und für sich eine Veränderung in dem Verhalten der Gäste. Das ist auch eine Transformation. Einerseits, dass man sagt, unsere Anlagen sind so gut und so stark, dass man nicht mehr von 9 to 5 Ski fährt, sondern man fährt in der Früh rauf, geht ein bisschen Ski fahren, dann geht man in der Sonnenlandsche, dann geht man vielleicht am Berg langlaufen, oder man geht rodeln, oder macht eine Schneeschuhwanderung, kann einmal auf den Klettersteig raufgeben. Also das Angebot Berg hat sich einfach erweitert. Und das nehmen unsere Gäste schon wahr. Und kommen halt dann am Abend aus der Natur zurück, sind glücklich, haben einen Haufen Sauerstoff, haben die Sonne, haben eben die Kulinarik. Ich meine, wir Österreicher sind halt bekannt für unsere Kulinarik und für unsere traumhaft sehr guten regionalen Produkte. Ja, und das versuchen wir halt ganzjährig aufzubauen. Also für uns ist wichtig, eben das Unternehmen ganzjährig zu sehen. Die Seilbahn ist ein Transportmittel. Wir sind schon lange in der Elektromobilität. Also wir Seilbahner sind schon lange, wir sind voll digitalisiert. Wir haben fast 80 Prozent schon aus nachhaltigen Energien, kriegen wir sozusagen unseren Antrieb. Ja, und so wollen wir uns einfach weiterentwickeln auf das, was der Gast haben möchte. Und der will raus in die Natur. Und wenn man viel unterwegs ist in Ländern, wo das Wetter nicht so schön ist im Winter, wo es im Nebel verhangen ist und nie gescheit hell wird. Und dann komm ich in die Berge rein. Ich sehe da noch viele Möglichkeiten für mich, dass sich die Gäste bei uns wohlfühlen, erholen und mit voller Kraft dann zur Retour fahren und wieder arbeiten. Also total zuversichtlich und eigentlich optimistisch und positiv. Das ist schön. Also das auf alle Fälle. Und bei uns kommt die nächste Generation schon ins Unternehmen und die ganz Kleinen wachsen. Ja, du hast jetzt zwei Enkelkinder. Zwei Enkelkinder. Also ich sehe da sehr viel, sehr viel positives Innovationen. Hat sich für dich durch diese zwei Enkelkinder irgendwie eine Sichtweise verändert? Oder auch nochmal, wo du sagst, das muss ich in der Politik noch tun? Ja, schon. Also diese, du sprichst etwas an, was mir wirklich am Herzen liegt, ist auch die Elementarpädagogik. Also da müssen wir schon noch, das Bildungssystem, da müssen wir glaube ich schon noch, um auch weiterhin führend in Europa zu sein, dass wir weiterhin glückliche Österreicherinnen in Österreich haben, müssen wir da wirklich verändern. Und da bist ja du auch sehr stark tätig. Und ich glaube, da haben wir schon einiges noch zu tun. Wir müssen es bald tun, weil bis sich das in die Systeme ja wirklich verändert, das ist ja fast eine Generation dann. Und ich glaube schon, dass das einfach auch unsere Kinder verdient haben, dass sie die bestmöglichste Bildung kriegen. Aber das ist schon mit Elementarpädagogik beginnend. Jetzt ist gerade ein bisschen so, jetzt fängt schon ein bisschen das Wahlkampfgetöse an. Also man merkt schon, da wird einiges unruhig. Es liegen ja doch einige Wahlen in diesem Jahr vor uns. Wie würdest du jetzt die aktuell politische Lage einschätzen? Es ist so, es ist schon, also einerseits geht es uns ja wirklich alle gut. Andererseits wird dann auch wieder das Thema gespielt mit weniger Arbeiten. Und andererseits wollen aber, glaube ich, die Menschen Sicherheit haben. Sicherheit ist ja auch, dass man ruhig leben kann, dass man Einkommen hat, dass man weiß, die Energie ist da, was man braucht. Und ich glaube, um das müssen wir uns kümmern. Und auch zukünftig ist für mich wichtig. Und deswegen bin ich jetzt auch im Wirtschaftsbund. Wir werden uns darum kümmern, auch von den Unternehmen, außer dass man diese Möglichkeit unseren Österreicherinnen und Österreichern geben kann, dass man die Arbeitsplätze sichern kann. Aber man muss uns auch innovativ arbeiten lassen können und arbeiten lassen können. Und ich glaube, die Wertehaltung ist wichtiger denn je. Und ich glaube, da sind wir da im Hause am richtigen Platz. Du hast in deinem Leben, also es sind auch viele Dinge passiert. Du hast mir mal erzählt quasi, dass der große Brocken war eigentlich, wo euer Vater verstorben ist, ohne dass das irgendwo absehbar war und ihr dann eigentlich von heute auf morgen übernehmen musstet, sondern es gar nicht einfach war mit Banken verhandeln, plötzlich da reinwachsen. Was sind denn für dich so Tipps, die du jemandem mitgeben willst, für die ganz schweren, großen Lebenssituationen? Wie geht man, was für ein Mindset, was kann man raten im Nachhinein, wenn man solche Dinge erlebt hat? Im Nachhinein raten, dass man sich wirklich Berater an die Seite nimmt, ob das jetzt Väterliche oder Freunde sind, die das Know-how haben, wo man sich, wo man reflektieren kann, wo man auch diskutieren kann. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig, dass man reflektiert. Und auch, dass man ein Umfeld hat, wo man das ehrlich auch tun kann. Wie auch immer, ob das jetzt Beratungsunternehmen sind, ob das jetzt eben väterliche, mütterliche Freunde, Freundinnen sind. Ich glaube, das ist ganz wichtig und bei uns war es auch so, wir haben mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ganz offen darüber diskutiert und die haben uns auch die Rückenstärke gegeben. Also die haben uns auch diese Kraft aus dem Unternehmen, außer dass wir es schaffen. Wir hatten eine sehr gute Ausbildung, hat uns da auch sehr geholfen. Ja. Und die Stärke einfach auch in diesem zusammenzuhalten. Aber ich glaube, ganz wichtig ist, dass man ein Umfeld hat, wo man auch reflektieren kann. Und auch gut darauf fährt, also dass man auch darauf fährt. Einerseits hat unser Vater, der aus dem Bank gewesen ist, so alles, was bürokratisch war, war vorbereitet. Also wir konnten auf der Stelle weiterarbeiten. Oft ist es so, dass das nicht möglich ist. Und das konnten wir schon. Es war halt einfach, wie soll ich sagen, eben die Banken waren natürlich da. Ist klar, die haben gesagt, ich habe zu viel investiert, der Vater ist nicht mehr da, wie geht das weiter. Aber darauf sollte man sich auch vorbereiten. Und sich dann selber zutrauen und sagen, das machen wir. Irgendwie schaffen wir es. Ja, ja. Auch wenn man in der Situation gerade ist. Wenn du sagst, jetzt von deinen ganzen vielen Aufgaben, die du jetzt inne hast, deine Funktionen, dein Unternehmen, aber auch die Familie, du schaust ja auch viel auf deine Enkelkinder und bist ja auch eine begnadete Oma da jetzt geworden. Wie schaffst du es in diesem Work-Life-Balance? Was sind deine Rezepte für dich, die Balance zu finden? Was tust du für dich oder Rituale oder jeden Tag? Was tut man, damit man im Gleichgewicht bleibt? Also ich stehe erstens sehr früh auf, um halb sechs, spätestens. Egal, wenn ich schlafen gehe. Aha. Weil in der Früh brauche ich diese Zeit. Also so eine halbe, dreiviertel Stunde zum Warmlaufen. Ja, das ist einfach so meine Zeit. Wie es Tag wird, ich genieße das. Also das sind so. Und natürlich so etwas wie gestern, wenn ich dann am Berg rauf fahre und die Sonne und der Schnee, der blaue Himmel, einfach dieser Genuss, wo ich sage, ich lebe eigentlich im Paradies. Es kann passieren, dass ich mir am Abend dann die Stirnlampen aufsitze und auch nochmal durch den Wald gehe. Und das ist für mich einfach Luxus, Paradies, der holle Kraft. Und das, wenn es nur eine halbe Stunde ist. Dich ab und zu aufladen quasi. Also nichts, irgendwie so jeden Tag das Training? Nein, gar nichts. Also da bin ich auch ganz individuell. Es kann auch sein, dass ich es genieße, weil ich fahre jetzt wirklich viel Zug von Wien nach Tirol. Und das ist ein schöner Sonnenuntergang, wenn ich im Zug sitze, dass ich mich zurücklehne. Und dann denke ich, ja, ich bin in Österreich, ich bin in einem Paradies. Ja, das sind wir wirklich. Also es geht uns, wenn wir uns ja wieder attestiert kriegen. Es geht uns viel besser, als wir glauben anhand der Zahlen. Wenn wir nur den Ausblick raussehen, dann denke ich mir, es ist einfach schön hier zu leben. 2024, was wünschst du dir für dich persönlich? Einfach diese, ja mal, wie wir uns natürlich alle mehr können. Wir können nur was tun und uns einbringen. Und auch die Motivation haben, wenn wir gesund sind. Also das ist einfach so, das ist wichtig, dass wir sind. Und ja, und dass man vielleicht wieder diesen Frieden findet und dieses Miteinander findet, das wäre mir schon sehr wichtig. Manchmal habe ich das Gefühl, dass man auch im Großen, wenn man es sieht, kein Miteinander mehr hat und jeder halt nur noch an sich denkt. Und ich würde mir wünschen, dass dieses Miteinander wieder kommt. Und dann bringen wir auch Frieden auf dieser Welt wieder zu. Ich glaube, das sind wunderschöne Abschlussworte. Vielen, vielen Dank Martha, dass du dir die Zeit genommen hast. Und alles Gute, du fährst gleich nach Tirol weiter. Ich wünsche dir alles, alles Gute für die ersten Wochen. Wir sehen uns eh demnächst wieder. Danke vielmals für dabei sein und sei jetzt auch nächstes Mal wieder dabei bei unserer neuen Ausgabe. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.